So, da bin ich wieder, euer Czerny mit Raft. Ja, ich habe jetzt hier oben mal so ein bisschen weitergebaut. Also die unterste Plattform ist ja fertig. Der Hai war gerade eben noch mal da und hat hier noch mal ein bisschen was ausgebissen. Das werden wir aber gleich reparieren. Fehlt uns noch ein Holz. Hier ist noch Holz. So, dann können wir das da einsetzen. Gut, ich habe jetzt soweit mal ein bisschen gefarmt. Einmal habe ich hier oben die Plattform so ein bisschen komplettiert. Das Segel nach oben geschafft. Ah ne, das war vorher schon. Aber die Kisten zum Beispiel nach oben geschafft. Den Wasserspender oder das Entsalzungsgerät quasi nach oben getan. Jetzt können wir den Grill eigentlich auch noch mit nach oben nehmen. das X zum Entfernen. Und dann müssen wir kurz ins Elemental gucken, den uns hier irgendwo hinsetzen. Was ist denn schon in die Kiste gekommen? Eine runde Kiste. Ähm, ja dann können wir den natürlich hier irgendwo hinpacken. Wo ihn keiner stört. Ich werde dann, wenn die Plattform hier oben komplett ist, dann kriegt es noch Außenwände. Die erste Etage zumindest. Ähm. So. Dann kriegt es noch Außenwände. Das Segel kommt noch eine Etage höher. So mein Plan. Und ähm. Ja. Und so weiter. Ich habe außerdem in der Zeit, habe ich mal ein Funkgerät bzw. einen Empfänger gebaut. Das hat jetzt auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich habe jetzt circa eine Stunde gespielt. Noch extra. Ähm. Drei Antennen, die man braucht. Und eine Batterie. Das werde ich jetzt, ähm, auch aufbauen. Die Batterie brauchen wir dann später erst. Aber okay. Ja, das ist, äh, jetzt so ein bisschen. So mal gucken, wie wir das machen am besten. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn hinsetze. So. Ich werde ihn hier an die Seite setzen. In die Mitte. Äh, an die Treppe. So. So. Dann gucken wir mal. Ich brauche noch. Ist egal, das können wir auch später machen. Das sieht hier unten so ein bisschen aus wie Pringles Dosen. Hier 1, 2, 3. Ja, jetzt muss man quasi an das Gerät noch drei Antennen anschließen. Drücke rein. Okay. Und die dritte machen wir dann hier hin. So. Jetzt muss ich die Batterie einsetzen. So. Und dann zeigt er mir, dass es in südlicher Richtung etwas gibt. Mal gucken, ob ich damit ein Dingens auch hinkomme. Wahrscheinlich eher nicht. Das sieht schlecht aus. Da ist irgendwas. Aber Moment. Ähm. Wir kommen näher. Wir kommen der ganzen Geschichte näher. Jetzt versuche ich das doch nochmal. Auch jetzt kommen wir der Geschichte näher. Dann werden wir das so lassen. Mal schauen. Also wir sparen jetzt Batterie. Ja. Dann gucken wir doch mal was da hinten. Da sieht man doch schon was hier. Auf der linken Seite ist noch eine Insel. Da ist noch eine kleine Insel. Jetzt habe ich Hunger wahrscheinlich. Das ist kein Problem. So. Dann schalten wir nochmal ein. 900 Meter. Okay. Ja. 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 So. Dann können wir jetzt nochmal die Plattform oben kompletieren. in der Zeit. Ja. Jetzt verliert er natürlich das ganze Plastik. Weil ich so viel Plastik im Moment habe. Ähm. Ja. Dann werden wir mal schauen wie weit wir hier kommen. So. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Dann wird die Seite schon mal fertig. Das schmeißt er dann halt mal raus. Palmenblatt. Palmenblatt und Kunststoff. Planke. 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 Planken rausgeschmissen. Hab ich denn so viel davon. Das ist verrückt. So. Nägel brauchen wir auch. Da ist eine Insel. Aber. Anscheinend. Wir werden jetzt nochmal gucken. Cool wäre natürlich auch wenn wir jetzt schon ein Fernglas hätten. Wir kommen näher an der ganzen Geschichte. Wir kommen näher an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube nicht dass wir da herankommen werden. wir fahren. Wir fahren auch nicht so wie das Segel zeigt. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen wir mal. Mal sehen wir mal. Mal sehen. Damit wir hier vorankommen 2 mal 2 Abstand Warum sind jetzt hier 3 Abstand? Weil ich Mist gebaut hab, ne? Ne Irgendwo hab ich Mist gebaut 1, 2, 3 Diese Reihe ist Mist Ne, hä? Achso, ja okay Alles klar Alles gut, der ist falsch Ja genau, der ist falsch Der muss nämlich Da hin Das ist im ganz einfachen Grund Weil ich ja in der Mitte 4 Säulen hab Und deswegen, wenn man das nach außen hin Laufen lässt Das heißt Das ist hier auch falsch Oh nein, echt Geht jetzt ein bisschen was in die Brüche her Hoffentlich nicht die Antenne Ja Dann müssen wir das so machen Ne, so Dann den Die Antenne nochmal Zurückbauen, okay Wir brauchen eh jetzt erstmal Schrott Hier ist kein Schrott dabei gewesen Gut Dann schauen wir nochmal auf das Radar Jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Signal Vielleicht fahren wir da ja ein bisschen schneller hin Ja Sieht so aus Wo ist das Das Wimpel da Ja, das sieht besser aus Nochmal ausschalten Batterien sparen Das nervt sich gerade Die Kisten habe ich jetzt natürlich anders sortiert als vorher Jetzt kann man wieder ein bisschen mehr aufsammeln Hier wird auch Dadurch, dass wir einmal In der Mitte, wie gesagt, diesen Viererkonstrukt gemacht haben Oder ich Ähm Wird das hier hinten nicht ganz hinhauen Mit der Symmetrie Das macht aber gar nichts Also Hier macht es nichts aus So Hier geht es schon Hier noch nicht Hier auch noch nicht Das geht auch noch in der Säule Da fehlt ja immer noch Schrott Die Dreh haben wir auch nach oben getan Hier auch noch hier So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz, 17 Stück, so ein 4, 4, so eine, äh, kann die auch von unten bauen, dann brauche ich nicht mal nach oben latschen, der muss ja noch weg, aber die Antenne ist bald, achso. Mal gucken, ob wir sie, ähm, da weg platzieren können. Bööööön, schönes Kälers. Ja, entfernen. So, dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Dann hauen wir den Mist zurück, haben wir noch einen Nagel gekriegt. Wir haben noch einen zweiten, glaube ich, in der Dimension, damit können wir das schon mal wieder ein bisschen erweitern. Wir haben noch mehr Nägel. Perfekt. Also, ist das jetzt schon der Hunger, oder was? Hunger-durst! So, wo hat jetzt die Antenne gefehlt? Hier hinten, ne? Das heißt, wir müssen jetzt genau von der Mitte aus das bauen und das bauen, dann haben wir das ja schon wieder fast. Machen wir das so und hauen da die Antenne auf. 590 Meter noch. Oh, 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 oh. Wird zehn Videos heute aufgenommen, glaube ich. Naja. So, okay. Es sah gerade so aus, als wenn die Müll wieder neben gelandet wäre und dann runter gefallen wäre. Ja, naja. Egal. Der Hei schon fliegt ja auch durch die Gegend. Ah, und Schiff. Super. Ich lege mich jetzt mal pennen. So, wie geht das hier? Das ist wahrscheinlich leer jetzt. Es geht. 109. 109. 109. Mach mal eben aus. Darf jetzt aber nicht verschlafen, also… Irgendwie hakt das hier ein bisschen bei dem Das könnte an dem Wetter liegen, keine Ahnung, schätze ich mal, vermutlich So, es wird doch jetzt schon wieder ruhiger und die Sicht wird besser und alles Die Insel ist damit nicht gemeint Was sagt der Winsel? Ne, die Insel ist damit nicht gemeint Also ich vermute mal, dass das da in die Richtung schon richtig ist Aber man sieht noch nichts am Horizont, oder? Man könnte sich ja mal so ein Fernglas bauen eigentlich Also gut, ich werde jetzt hier einen Cut machen Gleich wieder mit einsteigen, nur halt, dass die Videos nicht so lange werden Und dann sehen wir uns gleich wieder Für diejenigen, die jetzt ausmachen müssen oder wollen Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, dann könnt ihr einfach einen Daumen da lassen Ansonsten bis zum nächsten Mal Euer Czerni Vielen Dank